Abo da, Liken das Video und Viva 20 geht nicht. Ja Leute, es tut mir leid, es geht irgendwie nicht, Viva 20 und ja, vielleicht möchte ich ein anderes Mal machen, aber Leute, es tut mir leid und Viva 20 geht nicht. Und ja, das war's mit diesem Video, hoffentlich hat es euch gefallen öfter und ja, es tut euch leid. Es tut mir so leid und ja, und ja, also Viva 20 geht nicht zum hochladen, es geht zum Wiedernicht, also bald, wenn ich das auf meinem Kanal lösche, hab kein Bock mehr, also ich glaube, ich würde den Kanal löschen, weil ja, weißt was, ich würde den Kanal löschen, also ganz einfach. Und ja, ist mir egal, ja, und ich wollte nur sagen, das war's mit diesem Video, hoffentlich hat es euch das Video nicht gefallen und ja, nicht gefallen. Bis zum nächsten Mal, bis. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis.